Willkommen bei 180 Sekunden. Ich zeige Ihnen heute den Giraffenflügel. Mein Name ist Alexander Steinbeißer, ich bin Restaurator für Musikinstrumente am Deutschen Museum. Beim Giraffenflügel handelt es sich nicht um eine Genmutation aus dem Tierreich, sondern um ein Musikinstrument. Das Instrument ist im Prinzip aufgebaut wie ein moderner Flügel, nur dass die Seiten senkrecht hochlaufen. Der heißt jetzt Giraffenflügel, weil er von der Seite an die Silhouette einer Giraffe erinnert. Unser Giraffenflügel wurde von Anton Biber aus Nürnberg so um 1830 gebaut und ist seit 1910 bei uns im Museum. Ich habe das komplett zerlegt, Verschleißteile ausgewechselt. Zum Beispiel wurden die Scharniere des Deckels erneuert, weil die restlichen Fragmente, die da sind, die können den Deckel gar nicht mehr so richtig halten und nachdem ganz interessante Originalteile aus der Zeit um 1830 sind, haben wir uns entschlossen, dass wir die kopieren und neu anfertigen. Die Spielmechanik ist natürlich nach so langer Zeit schon in Mitleidenschaft gezogen, die ist also ziemlich abgenutzt. Die habe ich dann ausgebaut und ausgewechselt, damit wird auch die Funktionsfähigkeit der Mechanik sichergestellt. Also die Stellen, wo dann ein Stück Furnier fehlt, das wurde dann abfotografiert und dann die Kontur am Computer nachgezeichnet. Bei dem Instrument sind wir jetzt so vorgegangen, dass wir das passende Holz ausgesucht haben, in dem Fall ist das Nussbaum und die Maler haben dann bei uns die schon in verschiedenen Farbtönen gebeizt und fertig lackiert. Dann kann man das Stück passgenau rausfräsen und kann das dann einsetzen und man muss so nicht am Original noch rumschnitzen, damit das Stück dann reinpasst, sondern das ist dann sehr objektschonend eingesetzt. Eingeklebt wurde es dann mit Knochenleim. Das ist auch das originale Material, was damals die Instrumentenbauer zur Verfügung hatten. Unser geschafften Flügel hat sechs Pedale. Das war zu der Zeit durchaus üblich. Also es gibt die Verschiebung der Klaviatur wie bei einem modernen Flügel. Dann gibt es das Tonhaltepedal oder die Dämpfung aufgehoben. Die Töne können alle nachklingen. Und zusätzlich gibt es dann noch einen sogenannten Moderator. Das verändert den Klang, das wird dann ein bisschen leiser. Dann gibt es noch einen sogenannten Fagottzug. Da wird eine Papierrolle an die Seiten gedrückt und das erzeugt dann so ein schnarrenden Ton. Dann gibt es noch eine Pauke. Da wird ein Paukenschlägel an den Resonanzboden geschlagen. Und dann gibt es noch eine Glocke, so ein Pling-Glöckchen. Der Paukenschlägel, der war schon so kaputt, da hat man sich entschlossen, dass man den einfach komplett neu macht, nach dem original alten Vorbild. Der Giraffenflügel wird dann in der neuen Ausstellung Musikinstrumente, die Ende 2021 eröffnet wird, ausgestellt und kann dann da auch bei einer Führung gehört werden.